hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von my time at porsche ja ja wir sagen unserem schatz hier natürlich hallo so interagieren küsschen am morgen vertreibt kummer und sorgen und so dann gucken wir mal weiter neuen auftrag brauchen wir die sind fertig die sind auch die brauchen noch tag bzw zwei tage hallo ihr zwei hallo pinkie passenger heim ist sonja den kunden gefällt das spielzimmer wirklich gut also vielen dank dass das wieder auf vordermann gebracht hast was so hallo sagen wollte genau plus 1 ok das war mein ziel und jetzt haben wir dann noch nicht acht jetzt haben wir acht so dann können wir auch gleich nach einem neuen auftrag gucken bevor oder auch nicht so das sind die 23 das ist neu steigert sich das da haben wir noch so das da unten ist schräg es sah so falsch aus oder so schräg aus aber das war es offenbar nicht jetzt müssen wir drei fehler finden drei macht es nicht besser hier hinten pass auf wo du hinläufst passt doch selber auf so das ist schon mal das sieht auch nicht gut aus der knuggel da auch nicht so da haben wir hier das sieht gar nicht gut aus dass auch nicht und die dalle da gehört auch nicht hin so ja kein auftrag für uns schade einmal niesen so beziehung plus eins da ist immer noch ein kleiner back kriegst man steig beziehung plus drei so der ellis sagen wir auch mal hallo gemüse salat dann könnten wir auch noch mal machen ich weiß gerade gar nicht wie salat brauchen wir dafür vermutlich die old parts und das können wir auch mal wieder leer machen kriegst auch noch mal ein steak ich weiß das ist nicht das highlight was du erwartest aber was krebs beziehung plus zwei und du magst dass das weiß ich so es dinge die mit ihr verkaufen können dass wir noch mehr geld kriegen silikonschip den kriegst du nicht den können wir dir eigentlich mal verkaufen so wasser eimer verkaufen wir dir mal was denn noch sonst haben wir nicht viel die knochen und so brauche ich da haben wir inzwischen verwendung für wir haben inzwischen 29.000 cool ach ich könnte mal gucken ob ich jetzt wir versuchen unser glück mit dem fotografieren einfach nochmal und da wollten wir beim dings vorbei gucken beim beim roboter stimmt und wir versuchen unser glück einfach nochmal mit der maschine hier neue mission warum ja es will einfach nicht warum auch immer tja warum funktioniert das nicht ich habe leider noch immer keiner aus wenn man das für eine neue mission wir haben keine neue mission hier hier picture of gail haben wir any didi platform was das passt doch nicht vom text her das ist der text von der alten mission irgendwas scheint hier total verbaut zu sein müssen wir vielleicht gar nicht die recovery maschinen fotografieren sondern irgendetwas anderes schwer aber sonst haben wir hier nichts noch die recovery maschinen und da kann ich jetzt aber hier nichts wieder herstellen ich habe nämlich nicht genug können wir dir noch mal daten cds geben im austausch ein paar forschungsnotizen ja so richtig forschen tut sie da jetzt auch nicht mehr schwierig ich würde gerne die mission beenden aber ich weiß nicht wie ich weiß einfach nicht wie dann gehen wir mal den ack besuchen das war der passenger oh hi was hättest du gerne scharfe fischsuppe ok ich weiß nicht ob das so das ideale ist die sicherheit von porsche ist seine oberste priorität bla 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 so hallo ack unterhalten ich lerne von petra mehr und mehr über die welt ich kann nicht glauben wie viel sich verändert hat seit ich hier bin habe ich noch nicht richtig anschluss gefunden es ist so anders ich bin etwas planlos kochen ah okay da haben wir rezepte gemüsesalat kopf salat brauchen wir und zweimal dressing cool kocht er dann für uns pilzeintopf mit fisch sehr gut okay das heißt wir brauchen wimpel fisch und chili pfeffer und salz und vor allem den kopf salat gut haben wir wieder was gelernt wimpel fisch dann können wir mal bei der dings gucken was wir da zu kaufen kriegen hier bei miss sophie das getreide wächst auch schon schön sagen wir du bist so viel noch hallo hi so emma liebt das hausgemachte essen genau ich muss mal gucken was wir denn da kriegen bauernladen dressing brauchen wir dressing kann ich aber nicht selber machen oder wo kriege ich denn das her kumin kopf salat den können wir mal kaufen äh salz brauchen wir noch wie machen wir dressing müssen wir auch selber machen okay da brauchen wir mit sicherheit milch würde ich jetzt mal spontan vermuten so und salat müssen wir anpflanzen ach so habe ich den nicht angepflanzt wegen falscher jahreszeit das kann natürlich auch sein was ist denn hier was hast du zu verkaufen er sammelt einiges laden ähm ehring den haben wir schon bankett tisch baumstamm-sitzbank sieht ja auch nicht uninteressant aus da brauchen wir mal 10 motoren für ok katzenkorb 1000 rei das könnte aber der dings gefallen ne hm sollten wir vielleicht mal einkaufen glücksbeutel teil eines reliktes zersplitterte nein das kommt ja gar nicht in die type menschenfressendes sofa ok luxus angel set handwerker kiste laupo kuchen oh holla die wald für 27.000 das überlegen wir uns gerade nochmal von damen und herren gleichermaßen gemocht allow a dog to sleep well ähm ja kaufst du auch sachen von mir fällt mir da gerade ein nein tust du nicht dann halt nicht äh so da können wir mal auftanken und das auch nochmal weiter in auftrag geben da kann es auch nochmal weiter fertigen müssen wir mal hier tanken ja so da können wir auch nochmal weiter fertigen lassen und tanken auch gleichzeitig mal auf so können wir hier dressing machen sehr gut ei brauchen wir und zucker ok ei und zucker ok kopf salat warum habe ich keinen kopf salat angepflanzt das ist baumwolle 0 tage 22 stunden machen wir nochmal solche pflanzkisten da sind die glaube ich dabei pflanzkisten kleiner pflanzkasten jawohl machen wir nochmal vier holzbretter brauchen wir dafür äh die fertigen wir gerade mal hier hinten holzbrett so dann setzen wir die doch einfach mal ähm einmal zweimal dreimal viermal viermal so können wir jetzt salat pflanzen hier sowieso nicht wenn ich nicht das nötige saatgut in der tasche habe äh allerlei saatgut baumwoll kürbis weizen wieso habe ich keinen kopf salat hm ich war mir sicher ich hatte da saatgut gekauft und das auch angepflanzt hm aber offenbar irgendwie nicht kopf salat so frühling und herbst kann kann noch fünf tagen geerntet werden war das vielleicht unser problem hm wir haben tag 27 oder so vom frühling das heißt wir haben noch genau einen tag das macht das ganze nicht einfacher deswegen habe ich den wahrscheinlich nicht angepflanzt ok dann bringt man aber zumindest mal in die kiste äh nicht wundstücke saatgut so kopf salat müssen wir in der nächsten saison anpflanzen ähm habe ich hier noch irgendwas Dings haben wir hier doch noch böh ich hatte hier doch noch tiercode offenbar nicht gut so old parts silikon chip packen wir mal da rein Rohstoffe, da haben wir das Harz, sonst haben wir gar nicht mehr viel dabei, den hier noch, Sand haben wir noch einiges, das heißt wir könnten noch Glas wieder herstellen, das wäre noch eine Idee, Stoffmaterialien, das packen wir da mal rein, haben wir die Gummidinger auch da, nein haben wir nicht, aber das Garn, fertige Produkte, das Hartholz war da gar nicht dabei, okay, okay, Holzmaterial, das haben wir ja aufgesplittet, stimmt, Nahrung, Pilzeintopf mit Fleisch, stellt 50, das brauchen wir dann, wenn wir hier wieder kämpfen gehen, das machen wir aber vielleicht morgen, ich nehme das gerade mal wieder mit, da können wir dann nämlich eventuell Kräutertee, Kräutertee haben wir ja nochmal, da können wir dann nämlich jetzt nochmal Medizin machen, ähm, Roter Tee, den nehmen wir noch mit, Milchsalz, Fleisch behalten wir mal, stellt 10% maximal Ausdauer wieder her, gut, das kommt da noch hin, Rohstoffe, fertige Produkte, da ist der hier auch noch mit dabei, äh, Pflanzen, ach da hatten wir das hier, ne, Maiskugel, Kumin, von denen hatten wir sogar, okay, okay, gut, ähm, ja, dann haben wir jetzt alles, aber noch nichts, was ich angepflanzt hätte, Saatgut, so, was kann man denn jetzt im Sommer, Frühling, Sommer, Herbst, Frühling, Sommer, Frühling, Winter, Kartoffel, alle Jahreszeiten, das ist im Sommer, das ist Frühling, ähm, nehmen wir mal mit, pflanzen wir mal Kartoffeln und einen Kürbis, machen wir das mal, so, acht, Kürbis, sieben, einmal, zwei, ach so, wir hatten nur eine Kartoffelfrucht, okay, komm, so, dann brauchen wir noch, Frühling, Sommer, Bambus, Papaya, können wir auch noch mal pflanzen, Dünger, können wir auch noch mal gucken, können wir vielleicht auch noch mal welchen herstellen, so, eine Bambuspapaya und, so, den da, wie lange braucht ihr noch, zwei Tage brauchen die dann noch, äh, ob das funktioniert, aber wir haben keine zwei Tage mehr Frühling, ich weiß nicht, ob die dann noch fertig wachsen, oder, Dünger anwenden, da auch noch, und dort auch noch, so, dann haben wir keinen Dünger mehr, vielleicht können wir noch, ja im Moment gerade nicht, doch, vielleicht können wir noch einen neuen machen, können wir noch mal vier Stück, dann brauchen wir noch mehr Tierknochen, okay, gut, ein Tag, 18 Stunden dauert das noch, oh, hi Emily, Unterhalten, I don't understand why my mother my father didn't like the farm, also, ich verstehe nicht warum, ihr Vater und ihre Mutter das Farmleben nicht mögen, ähm, kriegst auch noch ein Geschenk, ich weiß, dass du das nicht so übermäßig magst, aber, drei Punkte gibt es auch, und das ist doch schon mal nicht schlecht, hi Schatzi, so, dann gehen wir mal rein, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen, und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal, Tschüss, das war clever